Ja, also ihr seht hier mein neues Bild, The Girl in the Shadow of Her Mother. Hier also das Girl, mal in Nahaufnahme, und die Mutter. Ja, ganz spontan entstanden. Hier ein paar Farben von mir, die ich sehr mag. Also wunderschöne Ölpastelle, da unten in der Schublade noch mehr. Und hier noch mehr. Ja, ein paar Bilder von mir für euch mal zum Eindruck. Und ja, end auf Video. Danke, tschüss.